Musik Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Ähm, überprüfe die Lagercontainer in der Basis. Lagercontainer in der Basis. Halt's Maul! Das Dingen wollte ich nur. Ja. Hallo! Sag mal, was ist denn los heute, ey? Boah, da kann ich ja kotzen bei. Echt. Weg mit dem Nyoshiator. Jetzt wird getalkt. Ist jetzt der Container... Was? Die ganze Mission ist zurückgesetzt? Alter, fick dich doch. Und warum bricht die Soundengine die ganze Zeit ab? Was hast du zum Kotzen? So, weit genug weggehen. Weg damit. Reingehen. Hier drin ist er nicht. So. Tschüss. Hopp. Alle Mann in diese Richtung. Das wollte ich gar nicht. Arschloch. Jaha, jetzt... Hört auf mich auf mich zu schießen. Ich spring euch um. Und dann bricht die Soundengine wieder ab. Es tut mir leid, wenn das hier so... Bleibt! Fick dich doch! Meine Fresse, ey. Da können die ja kotzen, weil... Ja, wenn das Soundengine so weitergeht, muss ich mal neu starten. Achso, ja. Oh, na, 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 na. Weg! Weg! Arschloch. Ich hätte mir das ja dreimal überlegt. Ähm. Die Türme sind aber schon weg. Okay. Das meinst du dir jetzt nicht ernst, oder? So, den können wir schon mal aufbrechen von hier. So, jetzt gehen wir mal schnell da hin. Scheiße. Meine Fresse. Ja, ja. Hier drin auch nicht. Ah, komm, wir nehmen uns jetzt mal das Geschütz. Ah, Mann! Das Spiel macht mich aggressiv. Und jetzt einfach reinhalten. Scheißer Datum. Meine Fresse halten die viel aus. Hallo? Irgendwie... Hallo? Was hält denn so eine scheiß Radarschüssel aus? Und da ist die Soundengine wieder weg. Ich weiß nicht, warum das ist. Tut mir echt leid. Ja! Hallo? Mache ich irgendwie... Alter! Ah! Alter, hat die viel ausgehalten. Alter, sieht das geil aus. Okay, warte mal. Wir hatten die da noch. Genau, guck mal. Okay, die macht auf die Entfernung wirklich wenig Schaden. War noch irgendwo was? Guck mal, da ist noch so ein Ding. Das fliegt auch nochmal in die Luft. Oh. Oh, hab ich den erwischt? Nein. Nein, nein. Ah, schade. Okay, haben wir noch irgendwas von hier, was wir erreichen könnten? Da. Eine Mikroschlüssel. Ein bisschen was Feuerwerk. Und die Rohre natürlich, so. Gucken wir mal, da wir da hochkommen. Scheiß. Echt. Das regt mich jetzt richtig auf, dass ich da gerade so dran verreckt bin. So. Das heißt, es ist eigentlich nur in der Luft bleiben erst mal. Mhm. Ja, ja, komm. Keine Ahnung, ob die Resport... Oh. Ja, warte. Hier greife ich mich immer. Ach, Mann. Scheiß Steuerung. Natürlich ist es die Steuerung schuld. Oh, hi. Okay. Nein. Oh, scheiße. Die haben wahrscheinlich Systemabwehrraketen. Oh, scheiße. Shit. Perfekt. Oh, hi. Der ist kaputt. Ah, da ist doch so ein... Warte mal, kann man die... Das ist nur... Wie hießen die? Ich kann mich nicht dran erinnern. So. Flugabwehr. Okay. Tschüss. Idiot. Ja, die werden dich liebhaben. So, jetzt brauchen wir mal gerade ihmchen hier. Tschüss. Oh. Wo kam der jetzt her? So. Sehr schön. Damit zerbricht der Transformator... Oh, fuck. Der Transformator schlägt zurück. Warum schieße ich die ganze Zeit daneben? Was ist mit dem Maul hier? Das war's mit der Sound Engine. Mann, wie ich das hasse, ey. Okay. 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 Äh, was haben wir denn noch? Oh, guck mal, da ist so ein Türmschuhn. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Halt's Maul! Ah, ja. Wie wär's mal mit Fresse halten? Äh, wie komm ich hier runter? So. Zwei Munition. Und wir halten den jetzt nach. Ah, toll. Ak... Warte. Warte. Und... Toll! So. Damit hab ich mir ein Schutzschild gebaut. Das war so voll geplant. Und wo schießt denn ihr? Ach, da unten. Da steht die Hackfresse. Oder daneben geschossen. Jetzt aber. Oh, da drüben gibt's auch Waffennachschub. Ah, siehst du, da bricht das Ding nämlich zusammen. Okay. Äh, wo will ich denn jetzt hin? Meine Fresse, ist das manchmal messy. Oh, fuck. Ja, 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 ja. Oh, halt's Maul. So. Hallo. Er schießt nicht. Was ist denn das? Weißt du? Manchmal ist es ganz schlimm. Okay. Hammert den jetzt? Gut, danke. So, dann kümmern wir uns mal wieder um die Treibstoffdinger. Ah, die kommen gar nicht so weit, die kugeln. Rico, Elikopter sind bereit zur Unterstützung. Sorge für eine problemlose Landung. Ja, 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 ja. Grünen, tschüss. Hast du den Scanner schon? Kein Scanner zu sehen. Sag mal, wie viel hältst du eigentlich aus, wenn man genau auf dich drauf hält. Hm. Oh, fuck. Was fahren jetzt? Manchmal ist es echt kompliziert. So, neue Munition. Wie viel Uhr haben wir uns? Ja, 30. Ich muss mal gerade meiner Mutter antworten, die jetzt nämlich gerade aufgewacht ist. Die sind nämlich momentan nicht da. Und deswegen, äh, muss ich mal gerade hier morgen, morgen. So, es ist, äh, 11 Uhr, deswegen, ich bin gerade eben erst aufgestanden. Und sozusagen frisch bei der Arbeit, bei meinem Hobby eher gesagt. Was ich langsam zur Arbeit mache, Tatsache. Es kommt langsam. Langsam, langsam kommt der Kanal. Ist zwar wirklich langsam, aber da spielen wir doch einfach mal... Achso, das ist da oben. Da oben ist der scheiß Container. Zzzzzz. Also, wenn hier oben einer überlebt hat... Ah. Ich ziehe meine Aussage zurück. Ah, Mann. Weißt du, wie ich das hasse? So. Judy. Hier ist er auch nicht richtig. Ja. Da unten ist einer. Das heißt, er will springen und... Wings you. Nene, 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 nene. Aua. Perfekt. Au. Äh, warte. Tschüss. Damit sind die erst mal beschäftigt. Lalalala. 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 Tschüss. Dann ist auch die Tür offen und... Hier drin ist er auch nicht. Natürlich nicht. Jo. Guten Tag, meine Amateur... Ach, ich war hier gerade eben bei einem. Ups. Ah, pfff. Perfekt. Voll so geplant. So, hinter den Container. Und tschüss. Natürlich im Letzten. Ich hab ihn. Dima? Du musst den Scanner auf ein großes Gitter in der Anlage von Chimaleon legen. Das Gerät misst Spuren von raffiniertem Barbarium. Ah, ja. Wie weit? 2,45 Kilometer. Toll. Ui, toll. Okay. Ich versuch das nochmal mit dem Wingsuit. Ich muss das nochmal ein bisschen üben. Alarmstufe 5. Riko, laut meiner Daten ist der Scanner instabil. Ist vielleicht beschädigt. Könnte explodieren. Mua. Danke. Wir müssen wirklich mal über deine Erfindung reden, Dima. Dima ist, glaube ich, so ein bisschen gestört. Fünf Minuten, halt. Schaffen wir aber locker. Dim, dim, ddel, dim, 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 dim. Riko, ich brauche diesen Scanner, Amigo. Wer das Barbarium kontrolliert, kontrolliert ganz Medici. Und mit diesem Scanner könnte ich die Agency vielleicht dazu bewegen, die Rebellen stärker zu unterstützen. Nein. Mal sehen, was ich tun kann, Shad. What? Du wurdest entdeckt. Soldaten lernen. Ich kümmere mich um sie. Die Abwehr ist aktiv. Willst du mich verarschen? Alter. Äh. Ich bin leicht überfordert, Alter. Oh, scheiße. Voll daneben geschossen. Ach, da hinten muss ich hin. Oh, fuck. Hol den Wingsuit raus. Okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Alter. Alter. Toll. Hä? Was ist jetzt wieder schief gegangen? Äh. Ja, diese wunderschönen, schwarzen, antiklimatischen Ladevorgänge ist ja wundertoll. Da ist er doch wieder. Ich weiß schon, was ich mit dem kaputten Scanner mache. Ich habe den Scanner, Sheldon. Wo bist du? Gute Arbeit, Rico. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Treffen wir uns im Café Francesco. Da gibt es leckere Kuchen. Oh, Junge. Ah, eine Flugabwehr. Nihahaha. Jetzt gibt es auf die Fresse, du Scheiß-Heli da oben. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Halt die Schnauze. Schnell, 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 schnell. Hol das Ding in runter. So. Oh. Da. Marsch. Au. Alter. Oh. End du Ende, Heli Falls. Ach, da hinten seid ihr. Schnauze. Was? Kriegst du davon. Scheiße. Äh, ich brauch nur hier Waffen. Warum ist eigentlich... Moment, warte mal grad. Äh, Ton, Musik, ein bisschen leiser. Okay. So, da wird aber das jetzt wieder. Oh. Hi. Hi. Okay. Fankt. Hihi. 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 Ja, ist ja Juhut Was saugt der sich denn da ran, ey? Zieh! Ich hab keinen Bock mehr Ja, mein Montan, ich würde erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Episode From Let's Play Um Just Cause 3 Ich wollte gar nicht Omzi sagen, ich bin noch gar nicht Omzi gestört und so Und ja Man sieht sich, bis dann, tschüss